da kommt ordentlich was raus wieso soll ich da hin ich möchte zu dem hopper ich möchte da mein zeug loswerden 36% das ist schon recht viel so was wollte ich jetzt noch machen hatte ich irgendwas vor für heute ich gucke gerade mal auf portalgang ne portalgang wird auch noch schwer also portalgang weiß ich nicht so ganz genau aber ich habe ja jede menge kohle kann ich mir noch mal nanosword machen nein kein flint kohle der da naja stimmt da haben wir noch so viel davon nether ohr und haben wir auch noch jede menge zeug was wir irgendwie nie brauchen rubber sollte ich mal aber ernten gehen das brauchen wir nämlich en masse nachher sand cream out die typen sind so cool hätte ich früher an holen sollen wäre viel viel cooler na da oben sind noch sehr viele wie schön so was ich mir noch bauen kann ist ein scanner flieg und geh wieder rein hallo ja ich weiß dass du da bist mhm extractor habe ich schon wieder 30 von diesen teilen ach der ist kaputt gegangen kohle 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 maximal power maximal power maximal power maximal power nein die brauchen wir auf jeden fall nicht das ding ist voll hier kommt wieder was dran wie lange habe ich jetzt eigentlich schon das elektrik das ist meines karbon boah ein karbon ventilator hier am laufen neum äh f1 war das warte 2 stunden erst ok äh nein so das läuft ähm ja was könnte ich mir denn noch bauen ich brauche auf jeden fall einen äh scanner äh ja Nein, nein. Das Ding brauche ich. Okay. Reinforced Glass habe ich noch. Iron Plates passten auch. Ein Luminator habe ich auch noch. Ach, das geht schnell. Kann ich das ja mal eben machen. Allerdings will ich dafür meinen Schrott loswerden. Bevor ich das mache. So. Scanner. Luminator. Da. Da. Was brauchte ich noch? Ach, Advanced. Ach so. Ja, natürlich. Okay. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir brauchen davon... Nein, ich meine nicht das. Ich meine... Die da. Äh, ja. Etwas davon. Ich glaube, wir haben sogar noch zwei Sockets. Und davon brauchen wir zwei Carbon Plates. Und die macht man aus zwei Raw Carbon Mesh. Das bedeutet, man braucht, äh... Vier... Sechzehn... Sechzehn Coal Dust. Braucht man, soweit ich weiß. Na? Nehmen wir mal die Teile. Und setze sie mal hier ein. Ich brauche ja nur noch eins, laut meiner Rechnung. Wenn die mal stimmen sollte. Wenn nicht, habe ich verkackt. So. Du bekommst das wieder. Na? Was liegt da? Ist schon wieder eins frei geworden. Schön. Ja, es geht so einigermaßen schnell. Ich brauche eigentlich sehr viel Energie hierfür. So. Hm. Hallo? Kompressor. Raw Carbon Mesh. Du arbeitest? Das ist schön. So. Unser geliebter Hammer kommt wieder zum Einsatz. Und... Wenn wir irgendwo noch Eisen haben, dann kommt auch das Eisen zum Einsatz. Glowstone. Stone Lapislazuli. Das kommt auf jeden Fall zum Einsatz, denn wir müssen ja... Glowstone... Okay. Zwei davon machen. Und... Die machen wir jetzt schnell. Machen wir das schon mal. Fertig. Zwei Advanced Zirks. Superschön. So. Iron Plates. Haben wir hier überhaupt noch Iron? Silver. Ich glaube, damit habe ich gerade schon nachgeguckt. Da. Nein. Das ist Sinn. Okay. Wir müssen nach unten gehen. Hm. Iron. Super. Block of Iron. Super. Haben wir noch was. Sehr schön. Hm. Ach ja, genau. Wir brauchen noch... Ach, davon. So. Ein Tin Chasing. Was ist das? Da ist es okay. Ja. Und meine Uhr sagt, die Zeit ist abgelaufen. Ich hänge aber noch was dran, weil ich ein bisschen zwischendurch ein bisschen getrödelt habe. Also. Äh. Was wollte ich gerade denn machen? Das ist eine super Frage. Ach ja, stimmt. Oh. Iron Plate, Bronze Plate, Zin Plate. Ich habe sechs Iron. Hallo, Bronze. Da. Und. Zin. Schön. Aber ich habe nur noch fünf Uses left. Oh, zwei, 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 drei. Und das Ding ist kaputt. Mit einem noch. Das ist doch bescheuert. Jetzt muss ich mir erst mal davon ein neues bauen. Sticks habe ich doch hier rumfliegen. Genau. Block of Iron, komm raus, super schön. Zack. Du kommst dahin, du kommst dahin. Fertig. So. Und. Zwei. Jep. So. Ähm. Iron. Bronze. Zinn. Genau. Hier kommt in den Kompressor. Hallo. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein, das war ein Fehler. Ich sollte nicht alle wegwerfen. So. Ähm. Die sind weg. Da. Weil ich mal ein bisschen, ich möchte, äh, eigentlich weg sein, aber ich muss noch was dran hin. Also. Zack. Du kommst da rein. Hab ich dir, ja. Gut. 42%. Hm. Wow. Wie viel. Ich hab die vergessen rauszunehmen, oder? Ja. So. So. Advanced Machine Chasing. Advanced Alloy. Carbon Fiber Plate. Zack. So. Jetzt fehlt nur noch der Motor und der Motor. Den mach ich nächstes Mal. Würde ich sagen. Was fehlt noch? Was hab ich noch gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So. Auf jeden Fall. Muss ich dann nächstes Mal. mich ein bisschen wieder mal um die Energieversorgung kümmern, denn die ist total, äh, am Hinterren. Und. Sonst. Obwohl. Ich kann mal gucken, ob ich Iridium. 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 Flakes machen. Flakes machen. Äh. Okay. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.